Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 4179. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Der Redner hat den Applaus wirklich verdient. Es war interessant und unterhaltsam. Der Redner hat den Applaus wirklich verdient. Es war interessant und unterhaltsam. Der Redner hat den Applaus wirklich verdient. Es war interessant und unterhaltsam. Ich arbeite gut mit Maria zusammen. Wir ergänzen uns in unseren Fähigkeiten und erzielen gute Ergebnisse. Ich arbeite gut mit Maria zusammen. Wir ergänzen uns in unseren Fähigkeiten und erzielen gute Ergebnisse. Ich arbeite gut mit Maria zusammen. Wir ergänzen uns in unseren Fähigkeiten und erzielen gute Ergebnisse. Ich habe das erste Mal Klavier gespielt, als ich drei Jahre alt war. Jetzt bin ich zehn Jahre älter. Ich habe das erste Mal Klavier gespielt, als ich drei Jahre alt war. Ich habe das erste Mal Klavier gespielt, als ich drei Jahre alt war. Jetzt bin ich zehn Jahre älter. Wenn ich Gitarre spiele, bin ich ganz in Gedanken. Wir haben Vertrauen zueinander und arbeiten auch in Zukunft eng zusammen. Wir haben Vertrauen zueinander und arbeiten auch in Zukunft eng zusammen. Wir haben Vertrauen zueinander und arbeiten auch in Zukunft eng zusammen. Schau dir alle meine neuen Dinge an. Ich bin begeistert von meinen Einkäufen. Schau dir alle meine neuen Dinge an. Ich bin begeistert von meinen Einkäufen. Endlich habe ich den Pokal erhalten. Ich bin die schnellste Läuferin unseres Vereins. Ich bin mit dem Fahrrad unterwegs und auf der Suche nach einem Navigationssystem für mein Smartphone. Ich bin mit dem Fahrrad unterwegs und auf der Suche nach einem Navigationssystem für mein Smartphone. Jede Diskussion mit dir macht Spaß, weil du immer so lustige Ideen hast. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Wir laden das Foto hoch, damit es auch andere sehen können. Läufst du gerne im Regen durch die Pfützen? Läufst du gerne im Regen durch die Pfützen? Läufst du gerne im Regen durch die Pfützen? Habe ich zu viel versprochen? Das wird ein einmaliges Erlebnis für uns. Nach diesen Treppenstufen ist der Rest des Weges eben. Dann geht das Laufen leichter. Nach diesen Treppenstufen ist der Rest des Weges eben. Dann geht das Laufen leichter. Ich höre so viele lustige Sachen und ich kann gar nicht mehr aufhören zu lachen. Ich höre so viele lustige Sachen und ich kann gar nicht mehr aufhören zu lachen. Ich bin so gerne mit dir zusammen, weil du mich immer zum Lachen bringst. Ich bin so gerne mit dir zusammen, weil du mich immer zum Lachen bringst. Ich bin so gerne mit dir zusammen, weil du mich immer zum Lachen bringst. Den perfekten Ort zum Surfen mit der perfekten Welle zu finden, ist manchmal gar nicht so einfach. Melanie steht auf dem Startblock und bereitet sich vor, ins Wasser zu springen. Melanie steht auf dem Startblock und bereitet sich vor, ins Wasser zu springen. Ich habe zu lange telefoniert und dabei die Zeit vergessen. Es tut mir leid, dass ich zu spät bin. Ich habe zu lange telefoniert und dabei die Zeit vergessen. Es tut mir leid, dass ich zu spät bin. Das ist die beste Gesichtscreme, die ich je hatte. Das ist die beste Gesichtscreme, die ich je hatte. Auch Kindern sollte beigebracht werden, regelmäßig Wasser zu trinken. Auch Kindern sollte beigebracht werden, regelmäßig Wasser zu trinken. Hast du die Erbsensuppe speziell für mich gekocht? Hast du die Erbsensuppe speziell für mich gekocht? Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Das ist die Erbsensuppe speziell für mich. Die Erbsensuppe speziell für mich. Vielen Dank.